Ich fahre diese Jacke mega. Ich fahre diese Streifen gerade an der Seite. Mega geil. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Schatten. Grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, nicht vergessen, diesen September kommt meine neue Modemarke MAM. Ich hoffe, es kommt noch diesen September. Wir haben gerade ein bisschen struggles mit der Produktionsfirma in Portugal. Da gibt es kleine Probleme, aber die werden wir hoffentlich noch bis zum Ende des Monats beiseite schaffen, damit wir eine Modemarke droppen können. Na sicher. Freunde, heute ein kurzes Video. Nicht nur deswegen, weil wir heute auf ein Video reagieren, aber wir reagieren auch. Vor allem wir regieren und residieren in Wien. Die Maximilian Army residiert und regiert aber auf der ganzen Welt. So, genug Scheiße gelabert und kurze Scheiße gelabert. Wie gesagt, kurzes Video. Zum einen dauert das Video nur eine Minute, drei. Und zum anderen habe ich vergessen, dass ich aufs Klo muss. Also ich habe es erst gecheckt, wo ich mich hingesetzt habe. Deswegen wollen wir gar nicht mehr länger quatschen. Feiere ich diesen Pivas, der sich ernsthaft die Mühe gemacht hat, hier eine Compilation zu erstellen. Ich glaube, es ist mittlerweile jeden bekannt. Das Machen einfach alles feiert, spätestens nach dem UFO-Video. Und ich bin mega gespannt auf diese Compilation. Nice, der Gönn. Also ich feiere diese Jacke mega, dieses hintere Nike und feiere ich. Aber ich feiere das, wenn die Nike... Er sieht seinen Standort aus, er feiert alles. Ich bin schon halb deren Klamotten tragen, statt dein Style. Ich feiere die Jacke mega, die Standard-Hulis. Standort. Feiere ich. Ich finde, das ist ein mega chilliger Schuh. Die Farbe feiere ich. Das ist mega extrem, würde ich mir sogar selber kaufen. Highlights aus deiner Sammlung, würde ich machen. Sie sehen leider nicht mehr so doll aus. Egal, genau das feiere ich. Die Chicks da drüben sehen leider nicht mehr so doll aus. Egal, genau das feiere ich. Wenn sie richtig ranzig aussehen, dann weiß ich erst, dass ich mich nicht mehr bemühen muss. Sie so abgenutzt aussehen. Wie die gehört. Okay, okay, jetzt kommt UFO. Sie feiert dieses Style richtig. Okay, dann. So, was ich an direkt feiere, ist dann, ich feiere diese Jacke mega. Ich feiere diese Streifen gerade an der Seite, sieht mega geil aus. Feiere ich auf jeden Fall. Ich habe mir auf jeden Fall noch einen Haust. Ich feiere die Jeans, weil die einfach schwarz sind mega geil aus. Wirklich feiert sie, wirklich richtig. Feiere ich auf jeden Fall. Wenn dir nichts zu einem fällt, einfach nochmal feiere ich draufhauen. Kein, ist völlig egal. Einfach nochmal feiere ich dranhängen, dann passt alles. Aber schicker Schuh. Wenn nichts zu einem fällt, feiere ich. Das sieht mega geil aus. Feiere ich wirklich. Das ist ein bisschen so anders. Feiere ich auf jeden Fall. Das ist so cool. Feiert. Weil ich feiere das auf jeden Fall auch anders so. Okay, mega nice. Feiere ich richtig, Bro. Also würde ich genauso machen, diese Compilation. Wobei, ich würde sie nicht genauso machen. Ich glaube, da gibt es viel mehr Ausschnitte. Also wer sich die Arbeit antut, hier noch mehr Ausschnitte herauszusuchen, Props gehen raus. Würde ich feiern. Würde ich auf jeden Fall feiern. Würde ich genauso machen, wenn ich Bock drauf hätte, eine Compilation von MAHAN-Videos zu erstellen. Freunde, wie fandet ihr das? Kurz, aber knackig. Manche würden jetzt noch einen No-Homo dranhängen. Mir ist das wurscht. Ich fand es mega unterhaltsam. Liebe Freunde, wenn es euch auch gefallen hat, lasst den Typen mich auf Infobox. Verlinkt dem auf jeden Fall ein Abo da und mir natürlich ein Abo da. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Freunde, die neuesten Dinge zur neuen Modemarke gibt es natürlich mit den folgenden Videos. Ja, hoffentlich gibt es Sonntag, wenn ich Bock habe, wieder ein Video. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch. Das war es von mir. Ah, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein Video. Dann war es das von mir. Euer Maximilian.